Schutz- und Leittechnik muss richtig in die Anlage integriert sein, damit ein Umspannwerk oder ein Kraftwerk sicher und zuverlässig arbeitet. Wichtig ist, dass alle Signale zwischen Messwandlern und Automatisierungseinrichtungen, Zählern und Schutzrelais mit der richtigen Polarität angeschlossen sind. Dies gilt auch für die Verbindungen von den Auslösekontakten der Relais zu den Leistungsschaltern. Um sicherzustellen, dass das Schutzsystem richtig funktioniert, werden alle Komponenten kontrolliert und auf korrektes Zusammenspiel überprüft. Die Vielseitigkeit des CPC-100 ermöglicht auch seinen Einsatz bei der Inbetriebnahme von Schutzsystemen, um Fehler zu identifizieren und zu lokalisieren. Um sicherzugehen, dass Stromwandler richtig angeschlossen sind, kann man ihre Übersetzung und Polarität mit dem CPC prüfen. Wichtig speziell bei Stromwandlern mit umschaltbarer Übersetzung. Durch Messung der Magnetisierungskennlinie lässt sich überprüfen, ob die Schutzkreise an den richtigen Stromwandlerkern angeschlossen sind. Bei Spannungswandlern kann mit dem CPC die richtige Übersetzung und Polarität überprüft werden. Das CPC kann auch die Bürde von Wandlerkreisen messen. Speisst man primärseitig ein Prüfsignal in einen Wandler ein und liest die Werte am Relais ab, lässt sich eine Phasenvertauschung oder eine falsche Einstellung der Wandlerübersetzung im Relais einfach feststellen. Um die Polarität eines Spannungs- oder Stromsignals durch die gesamte Sekundärverdrahtung und ihre Klemmen zu überprüfen, generiert das CPC ein Sägezahnsignal und speisst es in den Wandler ein. Dann kann mit dem C-Pol die Polarität aller Anschlusspunkte kontrolliert werden. Um die Funktion von Überstrom-, Differenzial- und Distanzschutzsystemen zu prüfen und die komplette Auslösezeit inklusive Leistungsschalter Eigenzeit zu messen, wird mit dem CPC primärseitig Hochstrom eingespeist. Dadurch wird ein Fehler simuliert und das Schutzsystem zum Auslösen gebracht. Mit dem CPC kann die korrekte Einbindung der Schutz- und Leittechnik in eine Umspannanlage oder ein Kraftwerk kontrolliert werden, indem alle wesentlichen Komponenten geprüft und auf ihr Zusammenspiel getestet werden. Für all das braucht das CPC nur eine herkömmliche Steckdose.